Hallo und willkommen zu Dead by Daylight Fragen. Wir wurden gefragt, ob das Perk Fluch auch auf sekundäre Angriffe wie das Zerfetzen des Demogorgons, den Schleichangriff des Schweins oder auch den Dämonenschlag des Onis zählt. Noet bewirkt, dass die Überlebenden unter dem Status-Effekt gefährdet leiden, sobald die Tore geöffnet werden können. Es steht nicht in der Perk Beschreibung, dass nur Grundangriffe betroffen sind. Wie ihr sehen konntet, wirkt Noet nicht auf diese sekundären Angriffe. Aus Überlebenden Sicht bekommt man aber trotzdem die Gefährdetwahrung des Killers. Wenn auch ihr Fragen zu Dead by Daylight habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal.